Wenn der Zug für Humanität manchmal abgefahren ist, braucht man trotzdem Zivilcourage. Filmbike on Tour. Das X. Die etwas andere Unbekannte, die etwas andere Warnung oder Filmbike on Tour für die Lösung. Mehr Mensch. Heute, zum 6. März 2015, kaum glaubbar, aber im O-Ton doch beweisbar, Zivilcourage ist nicht immer gerne gesehen. Derjenige, der sie zeigt, derjenige, der sie hilft, weil er gebeten worden ist, weil er im O-Ton zu Wort greift, zu Bild greift, der wird angegriffen. Anstatt diejenigen zu schützen, die die Hilfe benötigen, ist nicht immer gerne gesehen derjenige, der Gesicht zeigt. Unter dem Motto, unter dem Motto, wer wegschaut, ist Täter, wer hinschaut, ist Retter, wird man diskriminiert. Was läuft hier falsch? Filmbike.com.tv Öfters mal die etwas andere Unbekannte als Lösung. Wer weiß, wohin sie führt.